Lüge. Lüge. Der Koran liegt da auf dem Tisch. Es ist Lüge. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre da. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Nur sagen, man muss nicht jedes Wort jetzt auf die Goldwege. Da, ich werde jetzt morgens morgens ins Auto steigen, werde nach Hamburg fahren und ich werde da wo ich ihn finde. Ich werde da wo ich ihn finde. Ich fahre morgens, sonntags morgens nach Hamburg. Alleine. Alleine. Ich fahre. Ich warte an den Elbbrücken. Wenn der Hamburg verlässt und der aus eurem E-Mann nicht raus ist, ich werde auf der Autobahn. Ich werde dich drängen von der Straße ab. So. Ich weiß nicht. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich will nur sagen, sie ist auch Tunesierin, die kriegt auch Krise. Nein, alles. Ich habe gesagt, gib sich zu reden. Wir ficken Animus. Wir ficken Animus. Lüge. Lüge. Alles Lüge. Ich schwöre es dir, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Wir waren zu dritt. Ja, aber das konnte man sehen. Wir waren zu dritt. So. Wir waren zu dritt. So. Komm runter. Der und der mischen sich nicht ein. Komm runter. Komm runter jetzt. Wie ist du dich gerade? Komm runter. Weißt du, was der macht? Weißt du, was der macht? Der greift zum Telefon. Die eine Familie gegeneinander aufzuspielen, dass das nach hinten losgeht, wie ein Moonwalk an der Stelle, wenn ich das sagen darf. Ich f***. Sag mal. Mach das nochmal, ich f*** nochmal.